ja heim willkommen mein name ist aniro lp und ich bin mit euch zurück zu let's play dragon ball xenovers in der letzten folge haben wir uns in toki toki stadt umgeschaut und das erste mal in die geschichte angegriffen und zwar haben wir raditz besiegt ja dann gucken wir mal wie es jetzt weitergeht trunks oh ja ich habe vergessen etwas wichtiges zu sagen zeitsoldaten haben zwei aufgaben die zeitpatrouille die du gerade gemacht hast um probleme zu überheben und parallel quest probier es am besten einfach aus dann hast du den dreh schnell raus die zeitmaschinenhafen von toki toki stadt ist hinter dem tor links sprich mit dem roboter im gebäude für parallel quest pq registrierung er wird dir alles erklären ich hoffe das hoffe ich zumindest sehr gut als ein parallel quest anzunehmen okay was einige parallel quest starten nicht bei den registrierungen sondern als bitte eines charakters in toki toki stadt oh ja ich gebe dir das auch es ist ein scouter okay als modell grün drücke im kampf links für eine suche nach gegnern du findest gegner die weit weg sind oder sich hinter hindernissen verstecken oder kannst ihre stärke ansehen bei mehreren visieren während der suche siehst du genauere informationen meine mutter hat ihn gemacht indem er indem sie freezer scouter angepasst hat da draußen gibt es noch scouter die anders aussehen aber sie funktionieren alle gleich das ist die wichtige kampfausrüstung wo die parallel quest sind die besonders nützlich muss sie aus und probier mal okay machen wir mal super ist dann sehr gut nach diesem parallel quest von denen habe ich immer gehört irgendwie ich glaube diese neuen die jetzt irgendwie zur sprache kommen was möchtest du ansehen nee der ist nicht ne links hat er gesagt du um zeit zu stellen kannst andere geschenkt geschenkt also nee dann gehen wir hier nach links so wie er gesagt hat man kann mit ralt sprechen in toki toki stadt hallo parallel quest offline parallel quest sie sind mir so viele mann wir kommen beim büro für parallel quest pq daten werden überprüft die bb überprüfung abgeschlossen als erwählter zeit soll hat kannst du mit rollen durch die zeit reisen bekommen dass das büro für parallel quest hier reduziert die effekte und kontrollierten zeit fragmente ausgelöst durch zeitstörungen ja die entstehung der zeit verbringte ist kompliziert fragt franz die zeitfragmente wurden zu parallel quest und schweben durch raum und zeit einer speziellen zeitmaschine kannst du diese parallel quest erreichen wenn sie gehen die feinde die schuld sind dass die fragmente außer kontrolle gerade sind die unkontrollierten fragmente erhalten verhalten sich unvorstellbar feinde können verbündete werden und umgekehrt besiege einfach feinde um die zeitformen zu beruhigen das ist eine gute erfahrung und du kannst fähigkeiten und kostüme halten ich belohne nicht anhand deiner leistung es schließlich ein job ist eine parallel quest an dem jahr parallel quest beendet schwangsprüfung ok und fragezeichen fragezeichen cyber man steuern mit schwankführung die zeitmaschine um parallel quest anzugehen ok dann gucken wir mal das waren jetzt wir nehmen ich an jetzt konnte ich da nichts machen irgendwie bei der trance prüfung die gesundheit alle teilnehmer ist erschöpft ok ok gottes versteckt beendet schon sehr fähigkeit auswistung kaputt mit dir irgendwas machen eine parallel quest kannst du durch tore in andere bereiche versuch es mal ok parallel quest kannst du durch tore andere bereiche reisen manchmal manche sind so wegen geschlossen kann aber unter bestimmten bedingungen geöffnet werden näherlich ein geöffneter tor visiere es andere kreis um den bereich zu wechseln okay darf ich geht nicht okay dann denn so konnte man die markt kaputt machen okay ich hoffe damit ja die sich da kann ich aber nicht benutzen 20 bauchhilfe ich bin so doof dafür gut da ja wenn sich rechts wenn du vor dem tempel kann sie kann man wegen und das binden visiere ist vor allem geran ach so ich soll anvisieren was sagt mir doch an ihnen blöder hey das hat einer in diesem bereich ist ein objekt findet ein scouter mit dringend links um den zweiter zu benutzen mit den scouter ganz viel stärkt von allen sehen und den stadtorten versteckte objekte aus wenn ich mal wenn du dich brechen erst wo das sagte reagiert es scheint ein ausgezeichnet ok noch irgendwo sind mehrere material objekt okay hier war noch mehrere ok material objekt wenn schon wichtig sein irgendwie du hältst objekte und fähigkeiten indem du sie aufheizt und gegner besiegst die sie einsetzen drücke oben und rechts auf der quiz bildschirm eine liste der gelangten objekte und fähigkeiten auf so wenn du bei einer aktuellen parallelquiz scheiterst verlässt du diese objekte also schließe sie auf jeden fall ab ok sonst ist ja nichts meine doch da ist noch was oder sondern was was am tor material objekt jetzt aber okay das ist noch zu sagen jetzt auch mit dem tor den scouter mit dem tor und shop dort gegner lauern ok den scouter mit dem tor hat ja ich glaube durch kann so nichts passieren manchmal klappt das manchmal faith mann ich das gott halt echt recht irgendwie ja wenn der parallel krieg selbst battling ist eine earliest neue herausragicht manchmal nehmen auch verbündete auf diese weißer am kampf teil ein find habe verbündete da sich außerhalb der arena in der du dich befindest anschließt wird seinen standort um euch auf dem bildschirm angezeigt versucht direkt dorthin zu gehen jetzt einfach nur da und guckst blöd war ich habe eine neue attacke versuchen mal immer ich habe nicht genug jetzt macht man nicht drückt halten muss bis jetzt finde ich den angefolger luten online noch mehr Ja! Oh Gott! Kopf her! Hm! Tick, 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 tick! Ja! Tick, 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 tick! dann ist irgendwie mehr sind auf ein ort ich weiß noch nicht mal wie ich das mache sie hat voll professionell aus aber ich tue eigentlich nur bashen wenn du bedingungen erfüllst um einen parallelquests abzuschließen verändert sich der zeitspital es erscheint eine warnung vielleicht ein starker gegner wir sie gehen um noch bessere volumen zu halten selbst wenn du verlierst zählt das nicht als scheitern an der eigentlichen parallelquests die bedingungen nach denen sich der zeitspital verändert oder die siegesbedingungen danach hängen von der quest ab aber nach dem freischalten kannst du sie in der parallelquests reaktion in toki toki stadt 1 in besiegelte gegner schließlich parallelquests ab aber schon wieder gerade jetzt diesmal einer gegen einen okay meint er jetzt mich oder trunks dabei eine gute anspielung da bin ich noch mal angegriffen ich habe auch hier soweit ganz vergessen genau jetzt bringt man mir schon auf jeden fall noch alles das aussieht das ist ein drang 80 prozent gesundheit übrig kampf in unterzahl gut der laufspiel was attributpunkt überkommen nein energie später vier stück meine ich sehr gut nicht so weitergehen das spiel mir macht das bock schön das hat eine startung von mr satan willkommen zurück wie war die parallelquests ok im gegensatz zur zeitpatrouille kannst du von parallelquests objekte mitbringen möchte gefeinde zu begegnen ist ein tolles training mach bitte die parallelquests neben deiner zeitpatrouille parallelquests sind bis zu drei spielern spielbar du kannst bist du zwei unterstützungshalter zur parallelquests registrieren mitbringen aufleihen du kannst auch mit anderen spielern in der parallelquests registrieren spiel online du kannst auch allein parallelquests beschreiten verwende andere superkriegern neben deinen gewählten charakter für parallelquests probiere die parallelquests mit deinem wunschteam aus wenn ein kreis mein gefährden ko erscheint dann kannst du ihn wiederbeleben versiere ihn an und gehe näher ran um ihn wiederzubeleben während der wiederbelebung füllt sich eine anzeige die wiederbelebung erfolgt wenn die anzeige gefüllt ist charakter im ko können gefährden helfen versiere ein gefährden an und drücke kreis um hilfe basieren auf die einzigen attribute ist charakters zu leisten ich gehe zum zeiten erst reden mit mir wenn du für die zeitpatrouille bereit bist ok warum gucken wir mal ob ich noch mehr machen kann mehr parallele questos online kämpfen nein die einteil gehen wir noch nicht hin das ist mir zu weise nicht zu stark wahrscheinlich da geht was haben wir noch nicht schau kampf war dann gerade die dingens da so war online parallelquests ok was haben wir in ihr wettkampf team ok siegerte pflanzmänner besiege gerade jetzt ja das habe ich weiß sie haben schule krillen und tension an hier war der weltkampf drei gegen drei läuft jetzt aber los viel glück wer hilft mir denn ja wen haben wir in alles also goku manchmal ich nehme die einzigen die ich habe ist voll umfährt zwar gegen unseren gegnern aber was soll's manchmal kann ich die kamera drehen manchmal nicht stehe nicht weltkampf team ich bin wir unterhalten sich voll was hat die anrucke ja wir stehen kommt nicht klar mit so vielen was ich kann aber nicht rausfliegen die nur einen der grünen tragen darf hier ich will ich doch gar nicht kippen man gegen dich da zum goku trocken ok am schuhkonto er könnte sogar knapp werden aber eine zeitliche begrenzung da habe ich mich mal greifen und sagt ich möchte ich mal jemand treffen was bringt hat denn denn hat denn schon als ko die 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 das ja komm war der sauer weg aber so ist auch schon leicht tot das tut mir leid wir haben fast keinen schaden bekommen hier die fähigkeit halten da kommt jemand piccolo das machst du mir noch einmal 1 meint was die chance da ich mich mit dem anruf mal treffen aber irgendwie irgendwie treffe ich damit nicht neuer piccolo ja ich habe ein paar leute da weg zuschauer in deckung das macht ein ring aus hier auch an a du kannst du noch den ich dachte hast du verlernt hier im drängen wollen auch noch ganz schön viel kp sehe ich gerade das ist ein gesicht ja komm verstehe ich war der angriff gebracht wenn wir nicht zu nahe mal die gegner ran oder er macht echt nicht außer irgendwie ausweichen das ist echt aufpassen könnte noch echt feiten und den ja auch noch du hast mir zuschauer sind in diesem vorfall hier verreckt weil ab falscher angriff ich hoffe die gegner werden aber irgendwann stärker sind die noch ganz schön einfach wenn ich den kampf so es setzt wahrscheinlich besser naja hat ihr gut objau bekommen piccolo dämon kleidung mit um an sonnenbrille ok bank auf sonnenfaust nachbild und energie schuss ok da bin ich schon eher anfang vielleicht schön mir macht das spiel spaß sehr schön gut produziert mal ausnahmsweise wieder nach tenkaichi und buduka 3 so anpassen fähigkeiten ändern kann ich irgendwie hier im rand nehmen ultimativen habe ich nicht bekommen da was konnte ich dann hier nicht hier die super abwehr die brauche ich nicht glaube ich nachbild wenn du richtig abstimmst kannst du jeden angriff blocken vor ein helles licht von vorne ab um den gegner zu blenden ja okay sonnenfaust ist klar ne super angriff feuer aufladbare kirchsperson aufgeladen kirchsperson sind stark als normal in einem großen bereich vor der die du bist auch ein seite ich bin raditz ein erstklassiger seiten krieger ich gehe auf den planeten erde um meinen bruder kakarott zu rekrutieren aber anscheinend will kakarott mir seinen älteren bruder trotzen offenbar wollen krieger diesen dieses planeten kakarott dabei helfen zur sicherheit möchte ich ein eigenes team mitbringen wie wäre es schließt sich mir an um kakarott zu bestrafen warum denn nicht siegelt piccolo und son goku natürlich lass papa in beruhe was also ja okay ich kann kam mir haben ja wohl wir haben weißt du vor einer folge haben wir noch irgendwie raditz erledigt damit alles wieder beim gleichen geht dann sollen wir auf einmal genau das gegenteil machen vor die zeit wieder im gleichgewicht zwei раз klicken die streng schon zurück die jetzt gehe ich schon auf die fresse schon ein bisschen schwieriger ist gut man ich bin voll auf der fresse hilf mir mal ich vergesse mal ich kann auch so nein das rad jetzt in ruhe wo bin ich war ich tue immer abvisieren war schon wieder jünger zu heilen ich vergesse immer stärker war schon wieder muss ich angewöhnen ich noch mal versuchen man schon lass mich doch an die haus noch mal neu versuchen irgendwie beschissenen anfangen ich habe nicht auf was warten sie die verbaugene kraft du hast auch so leicht verloren du bist nutzlos bin ich gar nicht ja 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 ich auch die fresse gekriegt soviel dazu hat das spiel nicht schwierig ist ich sollte mal auflernen ich habe doch klingens doch punkte bekommen mann auch oh gott er kommt direkt auf mich zu Was bringt noch etwas kaffee? Laut um die Hand hoch. Was bringt es Kaffee? Schatz zu die Hand hoch! Was tut es? Woll back hoch! Woll back hoch! Woll back hoch! Woll back hoch! Was hast du denn gesagt? Du hast die Hälfte! Was ist das? Was ist das jetzt? Was ist das? Es ist noch ein Bewusstsein! Es geht nicht! was zum teufel ich konnte da nichts machen manchmal na gut dann mal den part gleich beenden und ich tue meine fähigkeiten ändern wenn ich fähigkeiten ändern meine attribut boosten weil ich tue ich mal hier ein bisschen also nicht maximal key so ich bin voll beschissen ja jeder wird aber egal ausdauer ok ein stil mit umbauen ok mehr habe ich noch nicht naja kann ich mich auch nicht wussten die lieben sollen wir das kommentar was sehr gut na gut wir sagen ich beende part hier und wir sehen uns dann in der nächsten folge von let's play dragon boy xenobers ich bedanke mich für zuschauer und sage tschüss bis zur nächsten folge berg ich Vielen Dank.